Was geht's? Vollende meine Ausstellung. Öh. Möhe. Oh, guck mal. Oh, nett. Hat geklappt. Schöne neue Welt. Aha. Wie hieß der Typ? Können wir noch anklicken? Reiten. Oh. Ich bin drüben, wie der heißt. Wachshaltiger Kolumbus. Ach, das war Telekolumbus. Das war Kolumbus. Aha. Absteigen. Weiter geht's. So. Wüste. Wachshaltiger Kleopatra. Das braucht eine Kleopatra. Mh. Eine Sphinx. Bauwerk. Öh. Ah. Nice. König vom Nil. Königin vom Nil, meine ich. Wer bist du? Benjamin Franklin. Benjamin Franklin braucht ganz eindeutig einen Blitz. Oh, geil. Boom. Zack, 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 zack. Der Schlüssel zum Erfolg. Da hat er einen Schlüssel. Da hat er seinen... Ja, das... Pass ich. Äh. Wachshaltiger George Washington. George Washington. George Washington. George Washington. Was brauchen George Washington? Die Verfassung vielleicht? Oder aber... Nein, nein. Ich weiß. Haha. Eine kleine Anekdote an ein anderes Spiel. Einen Orangenbaum. Ja, ähm... Day of the Tentacle. Habe ich da gerade gedacht. Day of the Tentacle. Das Spiel war auch richtig mega. Ein super Text... Äh, Text Adventure. Na, halt. Äh, Point-and-Click Adventure. In drei verschiedenen Zeiten. Mit viel Blödsinn und bla bla. So, was machen wir jetzt hier alles? Da ist noch was. Gucken wir mal. Hilf Max für Kunst zu bieten, die den Besuchern des Museums mit Sicherheit gefällt. Na, dann gucken wir noch mal. Mäckige Besucherstart. Okay. Let's go. What geht ab? Ah. Es ist, äh, Ausstellungseröffnung im Museum. Platziere etwas in die Rahmen, was den Besuchern ganz bestimmt gefällt. Hi. Ein Baumwächter. Was brauchst du, ein Baumwächter? Öh, äh, äh, äh. Ein Baumwächter, ein Baumwächter. Ein Baumwächter braucht Wald. Waldforst. So. Ja, ihm gefällt das tatsächlich. Das ist viel größer als das Bild. Hier kommt noch jemand. Was würde dieser Besucher gern sehen? Platziere es im Rahmen. Oh, was bist denn du? Hydra? Go, go. Ohne. Sag mir zu. Überhaupt nix. Go, go. Und. Hydra sagt mir was. Ah, gefällt ihm auch. Nett. Der nächste Besucher kommt. Ein schwarzes Perlmännisch. Der letzte Besucher ist da. Blablabla. Oh, was bist denn du? Unsichtbarer Mann. Unsichtbarer Tatsache. Hm. Da brauchst du ein unsichtbarer. Klopapier. Klopapier. Klopapier brauchen wir doch immer. Gefällt ihm nicht. Hm. Blöd. Ein unsichtbarer Bauch. 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 Unsichtbarer Hund. Höh. Ja, ihm gefällt der unsichtbarer Hund. Toll. Aha. Nett. Wachsfarben. Unsichtbarer Hund. Ne, unsichtbarer Wachsfarbener Hund. Aha. Und schon haben wir diesen. Ja. Nett. Mägliche Besucher. Fertig. Gesamte Star Rides. Fünf. Level vollständig. Okay. Weiter. So. Und aus hier. Weiter geht's. Ein paar Star Rides sammeln. Was gibt's denn hier noch Schönes? Weg mit dem. Da rein. Oh. Jetzt sind wir hier oben. Hi. Get up. Wir können die Aussicht nicht genießen. Die Wolken sind im Weg. Und mach beim Wolken weg. Einen Ventilator vielleicht. So. Ja. Nett. Wow. Bei klarem Wetter. Oh. Ist man den weggekickt? Na, ist egal. Ein Tourist. Was ist das? Regenbogen. Äh. Äh. Hm. Ne, okay. Da ist noch die Sonne und so weiter. Kann man, wie gesagt, alles anpacken. Oh, das müssen wir dann auch mal ausprobieren. Später. Geil. Hat er das gesehen? Das ist ja nett. Aber nice. Ist das hier ein Graffiti? Aha. Na, aber da kommt jetzt erstmal wieder Nimmel. Was ist das hier eigentlich für ein Knapp? Objekteditor. Achso. Ja, den probieren wir später mal. Aber erstmal gehen wir mal in die Feuerwehr, wie es aussieht. Hui. Feuerwehr. So, willkommen in Hauptstadt Feuerwehr. Aha. Ein Zombie. Come on. Nice. Wie dran? Kann man nichts machen. Okay. Ein Hund. Ich muss wie ein Feuerwehrhund aussehen. Äh. Objekt erschaffen. Feuerwehr. Feuerwehrhelm. Das ist ja wahrscheinlich auch so ein Klassiker. Feuerwehr und Feuerwehrhelm können zusammen mit. Haha. Der hat sogar sein eigenes Auto. Geil. So, alles hier mit dem Auto. Verwandle. Ein Kombi in ein Feuerwehrauto. Okay. Ich muss hin. Feuerwehrwagen. Start. Okay. Los geht's. Ähm. Yum, 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 yum. Hm. Alle Wäscherzeuge sind im Einsatz. Dieser Wagen muss so ein Feuerwehrauto werden. Ich streiche zuerst den Wagen. Okay. Ähm. Adjektiven zufügen. Rot. Rot. Mir doch egal. So. Zack. Ah. Jetzt ist er rot. Nice. Als nächstes. Bitte. Das Auto muss man jetzt hören können. Äh. Gib dem DJ etwas Lautes. Um es am Wagen herzubringen. Äh. Ähm. Ganz lautes. Eine. Wuhuhu Zähler. Wuhuhu Zähler. Gibt's tatsächlich. Gött. Bitteschön. Ah. Der Feuerwehrmann ist fast fertig. Äh. Gib ihm ein Werkzeug, das ihm hilft. Hm. Der Feuerwehr verbindet man immer Axt. Das weiß ich. Handelsübliche Axt natürlich. Bitteschön. Ah. See ya. So. Äh. Der Verkehr ist furchtbar. Hilf dem Wagen, ihn zu umgehen. Mhm. Mhm. Wie kriegt man jetzt hier die Autos weg? Ähm. Helikopter. Oh nice. Reiten. Und jetzt brauchen wir noch ein Seil. Ein Seil. Ja festgemacht, wa? Und. Da festgemacht. Das wappelt aber nicht besonders schnell. Toll. Wie auch immer. So. Oh 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 oh. Was? Verwende ein Adjektiv, das mir dabei hilft, über diesen Verkehr hinweg zu fliegen. Ach so. Mh. Adjektiv. Hinzufügen. Wie kann man zu fliegen? Rote. Warte mal rote. War es ja vorher schon. Ähm. Womit kann man fliegen? Womit kann man fliegen? Mit einem Adjektiv. Rote. Äh. Ähm. Antikravitatium. Abnorm. Äh? Ach so. Antikravitatioon. Antikravitatioon. Äh. Absteigen. Oh. Äh. Einen. Panzer. So. Das ist ja der Klassiker schlechthin. Panzerfahrzeug. Sehr gut. Ah, jetzt fahren wir mit einem Panzerfahrzeug. Ich fahre mit meinem Panzer. Oh. Äh. 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 Das hat auch so geklappt mein Freund. Nett war. So. Eingesammeln. Äh. Äh. ob man mit dem Panzer mal wieder die Straßenbruch freit. Kennt man ja aus GTA. 6 Star Rides. Geil. Weiter geht's. Hättest du denn? Hilf mir, alle Alarmen zu testen. Muss ich erstmal alle Alarmen finden, oder? Na, was hast du? Ich muss das Herz des Dummies neu starten. Na gut, dann kriegst du nochmal einen Defi-Brillator. Bitteschön, kennst du denn das Herz starten? Ah, hat anscheinend funktioniert. Praktisches Training. Die Leute sagen, ich hätte Probleme. Wer kann mir helfen? Streetworker. Mann, ey, kein Leer. Ein Psychologe könnt ihr mal... So, bitteschön. Bla, 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 bla. Hm, bla, 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 bla. Lege das Speichels weg? Okay. Äh, mhm. Nicht. Gelöschte Ruine. Ah, ha. Das hat funktioniert, warum auch immer. Was ist das hier drin? Ein Helm. Was ist das hier drin? Nie, Giraffe. Nie, Giraffe. Hey. Ha, geil. Mäh. Hat sie das gerade gehört? Nochmal. Absteigen. Reiten. Hört jetzt mal ganz genau hin. Mäh. Machen Giraffen wirklich? Mäh. Leeren. Ein Hamburger. Nicht. Hamburger angreifen. Ja, das greift den Hamburger an. Leeren. Der Tier hat gerade den Hamburger gefressen. Geil. So, was hast du? Sie schnarcht zu laut. Ich kann nicht schlafen. Oh, betäubende Feuerwehrfrau. Adjektiven zufliegen. Leise. Ah, gut. Hat funktioniert. Warte geht's. Was gibt's bei dir? Ich kann meinen Helm nirgends finden. Hm. Hopp. Da hat man doch hier den Helm. Aufsammeln. Uh, dann bringen wir ihr halt den Helm. Lala. Ich bin der, der auf der Giraffe reitet. Geben. Zack. Bitte schön. Na, hat geklappt. Komplett lila. Nett, nett, nett. Hübsch pink. Hoch geht's. Was ist mit dir hier? Wie spät ist es? Ich will nach Hause. Wanduhr. Ah, Feierabend. Kann ich nur bestätigen. Leeren. Das ist so ein Kuli. Zombie, das ist wieder so ein Special. Mehrere Sachen Dingens. Dieses Steak muss weich geklopft werden, bevor wir es zubereiten können. Ich erschaffen einen Fleischklopfer. Klop, klop, klopfer. So, so. Ah, bitte cool. Bam. Und? Ah, jetzt hat er was gefressen. Cool. Zähes Fleisch. Gut, das ist für alle Alarmtesten. Die reagieren ja immer auf. Verbrennungswolle. Gibt's tatsächlich Geld? Geht nicht. Feuer. 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 Da. Geht kaputt. Er geht kaputt. Puh. Okay. Er wurde ausgelöst. Nett, nett. Dann holen wir ihn noch mal unten. Zack. Da haben wir auch noch einen. Noch ein Feuer. Feuer. Feuer.